Also unsere Farm hat die Anfänge, oder von 1995 bin ich hier einmal als Fotograf vorbeigefahren und habe ich mich auf den ersten Blick in diese Landschaft, in diesen Ort Sonnberg verliebt. Also unsere Farm hat die Anfänge, oder von 1995 bin ich hier einmal als Fotograf vorbeigefahren und habe ich mich auf den ersten Blick in diese Landschaft, in diesen Ort Sonnberg verliebt. Und am Anfang war nicht die Idee, als Bauer hier zu stehen, zu arbeiten, sondern habe ich gedacht eher, dass ich hier das als Erholungszeiten nutzen werde, als Zeiten, in denen ich nicht fotografiere, sondern eben meine fotografische Arbeiten verarbeite, hier verbringe. Mit den Jahren, oder mit der Zeit, in denen ich die Farm umgebaut habe, oder diesen Ort, erst einmal mein Wohnhaus umgebaut habe, habe ich mich immer mehr sensibilisiert und habe ich das Land immer mehr angefangen zu lieben. Und es war für mich immer schwieriger, von hier wegzufahren und irgendwo arbeiten zu müssen, als Fotograf. Und es war für mich immer wieder. Und es war für mich immer wieder.